ich habe ja bereits ein video für neue funktionen oder wichtige funktionen auf den nintendo switch geräten hier gemacht das verlinke ich euch hier oben es gibt aber noch ein paar tipps und tricks egal ob es für die light die das oled modell oder auch der normalen switch ist das möchte ich euch hier heute vorstellen und ich glaube da ist für jeden was dabei kurz das aufheben ich habe den fahnen verloren weiß ich nicht ist auch wurscht wir starten einfach rein würde ich sagen es sollte neu sein auf dem kanal das doch gerne kostenlos aber da aktiviert die glocke verpasst ihr in zukunft auch kein weiteres videos mehr und ich wollte nur sagen genau das wollte ich noch sagen es sind ein paar kleinigkeiten noch mit dabei aber die stelle ich auch ständig irgendwie auf twitch manchmal gefragt im übrigen twitch zu dem ich auch nicht so ebenfalls unten in der video beschreibung und da habe ich auch mal ein bisschen was aufgenommen von den daher denke ich mal ist für jeden was dabei aber jetzt wie gesagt starten wir mit dem ersten ja da muss ich gerade was holen wer schon mal digital im e-shop eingekauft hat wird es wissen dass wenn ihr kauft bekommt ihr goldpunkte und mit den goldpunkten könnt ihr später für weitere käufe geld sparen ist eigentlich relativ simpel was ist aber mit uns mit uns sammlern die mehr physisch kaufen werden wir betrogen von nintendo nein werden wir nicht denn auch wenn wir physische spiele kaufen können wir zwei jahre nach release des spiels noch punkte uns abholen das geht eigentlich super super simpel und ich wusste es auch eine lange zeit nicht und habe einige goldpunkte verbrannt und damit euch das nicht passiert zeige ich euch jetzt wie das geht ihr nimmt euch den controller oder die nintendo switch egal welche leidt spielt keine rolle geht dann auf das spiel was ja wo er die einpunkte ich hab den playstation controller ja gut herrschaftszeiten super video wählt das spiel aus drückt plus und geht dann hier unten bei meine nintendo belohnungsprogramm da einfach auf goldpunkt erhalten nur kartenversion da steht auch mal genau dabei dass es eben für diese zwei jahre nur gilt bla 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 drückt drauf wählt euch gleich noch den benutzer aus wer es erhalten sollt falls ihr mehrere profile angelegt hat muss natürlich nintendo online mitgliedschaft sein ist ja gar keine frage wählt es aus und dann wird das ganze eingelöst punkte für diese software erhalten machen wir natürlich ja und schon haben wir die und können so punkte von physischen spielen sammeln und die später im e-shop dann wie gesagt ausgeben alles verwendete den dark mode jeder browser alles sämtliche systeme und auch die nintendo switch kann das und ich kann immer noch einige nicht verstehen die immer noch diesen komischen hellen modus nutzen wenn ihr das macht schreibt mal gerne rein warum und vielleicht wusstet ihr es ja noch nicht dann wisst ihr jetzt wie ihr bald den dark mode aktivieren könnt wenn ihr nicht wisst was der dark mode ist ihr würdet es verstehen nämlich der hintergrund wird einfach dann statt weiß zu schwarz das funktioniert auch relativ einfach wir gehen auf die systemeinstellungen und dann auf designs was wir hier irgendwo finden müssen wir noch ein bisschen scrollen da ist es doch ja und hier einfach von schlicht weiß dann sieht das ganze so aus oder eben halt auf schlicht schwarz wobei schlicht schwarz was ist denn also schwarz oder weiß könnte man auch sagen und schon habt ihr den dark mode aktiviert auch den nächsten tipp den habe ich immer häufiger in auf tisch gerade insbesondere gelesen dass sie nicht wissen wie man ihr seinen freundes code herausfindet bzw wie man jemanden hinzufügen kann ist relativ einfach denn ihr wählt einfach oben euer profil auf klickt drauf und dann findet ihr direkt auch weiter oben bei profil nämlich rechts freundes code den ihr dann da eingehen könnt und ja das ist mein freundes code ihr könnt gerne einladen montan leider ist meine freundes liste voll nintendo lässt nur 300 freunde zu haben wir diese frage auch mal geklärt warum keine ahnung ist halt leider so und wenn ihr freude einladen wollt ist das auch relativ einfach weil den menüpunkt gibt es direkt da drunter da macht ihr einfach zu freund hinzufügen über freundes code suchen und gibt dann eben dort den freundes code ein und schon seid ihr vernetzt so leicht geht es auch bei nintendo kommen wir zum thema cloud safe cloud safe ist natürlich nur eine funktion wenn ihr eine nintendo online mitgliedschaft hat sei es die normale oder die erweiterte spielt dabei keine rolle das cloud safe funktioniert dabei wie folgt spieldaten werden dann eben in die cloud geladen und wir haben halt die möglichkeiten wenn unsere switch kaputt geht verloren geht und was auch immer die daten wieder runter zu laden und unseren spiel fortstand zu nutzen das funktioniert leider nicht bei allen es gibt ausnahmen pokémon wird meistens über die pokémon go app gemacht und pokémon home meine ich und animal crossing keine ahnung warum nintendo das so macht geht auf jeden fall auch nicht ja also eure insel daten könnt ihr nicht ganz einfach so speichern spielt aber keine rolle manchmal funktioniert das cloud backup aber nicht so hundertprozentig dann muss man kann man gucken woran es liegt oder aber ihr habt wenn ihr eine zweite konsole hat wie zum beispiel das oled modell oder eben die leid oder irgendeine andere dann könnt ihr auch die daten auf diese laden und das ist eine ziemlich coole funktion und das geht auch relativ einfach wie immer startet das ganze bei systemeinstellungen wo wir drauf gehen und dann haben wir dort die datenverwaltung bei der datenverwaltung gehen wir auf speicherdaten cloud und hier seht jetzt zum beispiel wählt natürlich benutzer aus und hier seht ihr dann zum beispiel alle speicherdaten die jetzt auf dem system habt und wo auch ein backup erstellt ist seht aber auch in dementsprechend wo es zum beispiel einen fehler gibt oder kein backup erstellt wurde da könnt ihr dann zum beispiel mal reingehen bei lacuna ist ein fehler aufgetreten das habe ich gar nicht auf dem system könnte hier aufgehen und dann sieht man automatische backups und downloads sind zurzeit nicht möglich das liegt daran dass ich lacuna auf meiner anderen modell gespielt habe und hier die daten noch gar nicht runtergeladen habe das können wir einfach machen wenn ich nämlich jetzt sage speicherdaten herunterladen dann lädt der nämlich auf dieses modell die daten die ich auf dem oled modell hatte und jetzt haben im prinzip die speicherdaten von der anderen konsole auf diesem modell diese stationäre und könnte hier einfach damit weiterspielen das ganze kann man doch einfach gucken wenn man geht auf speicherdaten die nicht auf der konsole sind und dann sehe ich eben hier auch zum beispiel von arafel in der hand enhanced edition im übrigen arafel sehr sehr cooles apg wer mal so sucht kann euch das gerne mal runterladen wo ich noch speicherdaten in der cloud sind die nicht auf dem system sind das heißt wenn ihr zwei konsolen habt könnt ihr ganz einfach über diese funktion auch die daten hin und her schaufeln ja müsst aber daran denken ihr braucht natürlich eine nintendo online mitgliedschaft wenn ihr zwei konsolen habt und noch eine stationäre und eine nutzt ihr vielleicht für den handheld modus mehr oder weniger ist die chance natürlich hoch dass ihr das handheld gerät mehr auch mal mit nach draußen nehmt anstatt das stationäre gerät macht ja auch irgendwo sinn das problem bei der ganzen geschichte ist wenn euer stationärs gerät was ständig internet vielleicht auch hat primäre nintendo konsole ist dann werdet ihr auf dem anderen gerät ständig gefragt bei digitalen spielen dass ihr eine internetverbindung herstellen wollt was ihr draußen im bus vielleicht nicht unbedingt habt wie gesagt das zählt nur für die digitalen spiele bei den physischen spielen ist das egal deswegen macht es manchmal sinn die konsole die ich tatsächlich immer mit unterwegs nehme auf die primäre nintendo konsole zu ändern und das geht relativ simpel dazu geht ihr dann einfach in den e-shop geht oben rechts auf euer profil scrollt in dem bild ganz nach unten und dort habt ihr dann einfach registrierung aufheben da klickt einfach mal drauf da wird die registrierung jetzt aufgehoben und von der nächsten konsole wenn ich jetzt zum beispiel mein handheld modus das nächste mal im e-shop anmelde wird es automatisch als hauptkonsole aktiviert es gibt ja controller wo die steuerungstasten ein bisschen anders angelegt sind sei es jetzt hier von dem playstation controller oder auch von der xbox controller da ist man vielleicht eine andere tasten belegung gewohnt und die kann man natürlich auch auf den nintendo switch mappen denn es ist die möglichkeit eben button mapping zu betreiben dass wir gesagt die x-taste oder die b-taste ist jetzt halt eben an einer ganz anderen stelle und das coole ist wir können das sogar in profilen abspeichern das ist ganz wichtig hier zu wissen das geht nur mit dem nintendo pro controller und mit den nintendo joy cons nichts von third party oder sonstigen da wird das nicht funktioniert nur von nintendo die originalen controller ansonsten ist die handhabung aber relativ einfach denn wir gehen einfach system einstellungen controller und sensoren und dann knopf belegung ändern hier will ich jetzt den controller aus wie gesagt noch mal wichtig an der stelle es geht nur mit originalen nintendo kontrollern oder joy cons gehe dann auf ändern und sage zum beispiel okay x soll jetzt nicht mehr x sein sondern oder a soll jetzt b sein und b soll a sein dann kann ich das ganze eben speichern und habe wie gesagt jetzt hier auch sogar die möglichkeit eine voreinstellung zu speichern daraus werde ich es einfach aus ja habe dann jetzt hier fünf steckplätze speicherplätze wähle eins aus kann die sogar benennen und könnte hier zum beispiel einfach sagen zum beispiel playstation damit ich weiß okay das ist die belegung von des playstation controllers oder wie auch immer und kann dann eben da auch später einfach diese entsprechende voreinstellung laden wenn ich alles wieder zurücksetzen will ist auch relativ einfach ich gehe auf zurücksetzen und wähle zurücksetzen und dann ist wieder alles beim alten der nächste krieg hat etwas mit dem herunterladen von spielen zu tun wenn ihr es digital macht oder sonst auch immer denn es gibt eine einstellung innerhalb dieses nintendo switch die man höher stellen kann auf einen höheren standard wichtig leute ist ganz wichtig braucht dennoch eine gute internetverbindung also wenn jetzt eine schlechte internetverbindung macht macht diese einstellung jetzt hier nicht den high speed nintendo switch download für euch aber es gibt diesen ticken mehr download speed am ende denn es gibt den sogenannten mtu wert auf der nintendo switch mtu steht ganz kurz für maximum transmission unit ganz vereinfacht ausgedrückt heißt die mtu eigentlich die maximale größe die ein paket bei dem download haben kann die ist wie standardmäßig auf 1400 auf der switch eingestellt aber der per se standard oder das maximale ist eben 1500 heißt wenn wir es eben auf 1500 setzen und es dahin legen haben wir eben halt den gewissen speed vorteil der auf jeden fall nicht schadet und das ganze ist auch noch super super simpel einzustellen denn wir gehen einfach auf systemeinstellung ihr wisst alle einstellungen gehen über die systemeinstellung zumindest der große teil geht auf internet auf internet einstellung jetzt wählt ihr natürlich aus wenn ihr eine lan verbindung habt dann nehmt ihr eure lan verbindung wenn ihr wlan habt nehmt eure wlan verbindung sollte klar sein klickt drauf geht dort auf einstellung ändern und hier ist dieser mtu wert wie gesagt hier könnt ihr dann einfach 1500 eingeben wenn ihr mehr eingibt ist es auch egal es kann nur 1500 genommen werden aber deswegen können wir auch diesen wert direkt eingeben gehen auf speichern und schon können die download ein ticken schneller funktionieren wir erwartet jetzt hier keine wunder aber ein gewisser gespeed unterschied ist definitiv vorhanden wer kennt noch die zeit aus der nintendo welt wo wir im e-shop spiele vorbestellt haben digital und irgendwie haben wir gesagt ach komm wir kaufen das jetzt doch physisch oder nee ich will das spiel nicht mehr haben und wollten es stornieren und ja das ging eine zeit lang nicht und dann haben wir geklagt und nintendo hat verloren und ja seitdem können wir vorbestellte spiele tatsächlich abbestellen allerdings zählt das dann nur dann natürlich wenn es noch nicht released worden ist also etwas vorbestellt und das spiel wurde noch nicht released nur dann könnt ihr die vorbestellung stornieren viele wissen aber gar nicht wo das funktioniert auch das ist super simpel deswegen geht das ganze einfach erstmal über den nintendo e-shop dort geht wieder oben rechts auf euer profil und dann ganz links unten bei vorbestellung hier findet ihr eure vorbestellung die ihr dann eben halt stornieren könnt wie gesagt noch mal leute das geht nur mit vorbestellung nicht mit spielen die ihr schon gekauft hat und schon gespielt hat wie auch immer nur wenn die spiele vorbestellt sind der nächste tipp ist tatsächlich ein tipp der nur geht wenn ihr nur ein benutzerprofil auf der nintendo switch habt vielleicht kennt ihr das ihr habt ihr nur ein benutzerprofil wollt ein spiel starten und ständig fragt euch eure nintendo switch welchen benutzer wollt ihr denn nehmen ja welchen wohl ist es nur einer drauf und genau diese funktion ist ein wenig nervig das haben wir beim e-shop auch und bei einigen anderen deswegen können wir das ganze ganze abstellen wenn ihr das ganze aber versucht bei einer switch auszustellen die zwei profil habt dann werdet ihr feststellen dass diese option gar nicht vorhanden ist ansonsten ist es relativ einfach ihr geht dann einfach auch wieder auf systemeinstellung dann runter auf nutzer und dort gibt es dann die möglichkeit nutzer auswahl überspringen und das wählt ihr einfach auf ein ein auf ein ein das macht total sinn und dann werdet ihr nicht mehr gefragt dennoch ab und an kann es mal vorkommen dass ihr die abfrage dennoch kommt das kommt darauf an welche informationen benötigt werden dann kommt ihr trotzdem noch zur auswahl aber primär bei vielen spielen insbesondere bei physisch spielen werdet ihr nicht mehr gefragt sondern gelangt direkt ins spiel das waren noch mehr tipps und tricks für die nintendo switch wenn jetzt einer sagt ja da fehlt doch jenes und dieses ich habe gesagt guckt euch das andere video an das ist hier oder hier verlinkt ich bin raus wir sehen uns vielleicht auf twitch irgendwann heute abend zum beispiel 20 uhr